Hazy Fantasy hat als Schocker aus Japan, wie er von den Medien bezeichnet wurde, eine verblüffelnde Parallele am Sektor der distinguierten Haute Couture aus Japan. Zu Besuch bei Hazy Fantasy in deren Londoner Wohnung. Der starke optische Input dieser Band hat vor allem beim jungen Publikum sofort verfangen. Unter Insidern gilt die Gruppe als künstlich gestylte Commerzband, was sie selber abstreiten. Jedenfalls scheinen sie die Welt zu erobern.